Hier haben wir Maps von Gehirn. Liebes, bitte, tu das deiner Mutter nicht an. Lass mich in Frieden sterben. Du hast nie an mich geglaubt. Das wird sich ändern. Tag zwei. Die Motorik ist komplett unnötig. Steuerung A. Löscht. Tag zwölf. Wir behalten den limbischen. Koste, meine Reaktion sind faszinierend. Okay, sie hat... Tag zwanzig. Wir kommen zu den Stirnlappen. Mein neues Sicherheitssystem muss nicht selbstständig denken können. Sky, bitte, wenn du die Schmerzen kennenlöst. Verminderte Sprachfunktion. Tag neunundzwanzig. Schließlich löschen wir den limbischen Code. Okay. Wie kann ich zu Diensten sein, Sky? Schalte das Licht ein und aus. Sehr gut. Spiel Musik, du. Weißt, was ich mag. Sehr schön. Okay, okay. Ich glaube, dieses Arrangement wird gut funktionieren. Was meinst du? Ähm... Shit! Wieolin? Fol Woche ethisch im Detail? Was meinst du?